Was machst denn du? Ich flieg jetzt Heli. Ey, der hat's doch verboten, hör auf. Das ist mir scheißegal. Sitzt da hinten und schmuckst da rum und mich verarscht da ständig. Also der hat dann meine Maschine auch schon kaputt gemacht. Ey, ich würd's nicht machen. Hör auf, ihr seid doch gerade wieder Freunde, ey. Erstmal Heli fliegen, klar. Mach's nicht, ey. Ihr seid doch gerade wieder Freunde, ey. So, ist das los? Okay. Ey, hör auf. Ey, wenn der das sieht, der stinkst du auch. Sag ruhig, sag ruhig. Guck mal, der schmuckst da rum, der kriegt das doch gar nicht mit. Ey, das gibt's nur mit den größten Ärger. Wow, das ist so einfach, ey. Wie geil. Ey. Super. Ey, hör auf. Der hat's gesehen. Der hat's gesehen. Hör auf. Oh, siehst du? Siehst du? Scheiße, scheiße. 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 Ey, das haben wir jetzt. Was ist passiert? Nix. Nee. Jetzt ist er kaputt. Bleib hier. Ist doch nix. Der kommt mal hier. Nix. Ey, jetzt gibt's schon wieder Ärger, ey. Ey. Ey, ihr hattet euch grad wieder vertragen, ey. Warum hast du denn nix gesagt? Ich hab alles zum gesagt, er soll aufhören. Das ist ja nicht der Ernst. Nee, das Ding ist abgebrochen. Du lässt dich da auch noch an das Ding treiben. Ich hab gesagt, er soll das nicht fliegen. Ich hab irgendwie schimpft. Ich hab gesagt, er soll aufhören. Ja. Ich hab's gesehen. Oh mein, Helikopter. Ich glaub's ja gar nicht. Noch ne neun.